Wie du den Eurolight Easy Operator Deluxe bedienen kannst bzw. einrichtest mit deiner KLS-Bar zusammen, das erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier aus Stage 2.3, dem Portal für DJs und Veranstaltungstechnikern. Mein Name ist Jan und heute zeige ich euch einen neuen Lichtcontroller. Wir haben ja schon mal hier auf dem Kanal den Eurolight Color Chief getestet, das war ja ein großer Lichtcontroller. Und heute haben wir mal den kleinen Bruder, den Easy Operator Deluxe hier und mit diesem kann man ganz einfach zum Beispiel so eine KLS-Bar, wie ihr sie hier im Hintergrund seht, ganz einfach steuern. Und wie das funktioniert, was man da einrichten muss, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Schauen wir uns den Easy Operator Deluxe jetzt mal ein bisschen in der Detailansicht an und zwar fangen wir hinten an mit dem Anschlusspanel. Wir haben hier einmal den An- und Ausschalter, daneben ist der Eingang für das Netzteil, weil das Gerät ja auch irgendwie mit Strom versorgt werden muss. Dann haben wir hier eine Chinch-Buchse, wo ich quasi mein Audiosignal anschließen kann, wenn ich Sound-to-Light-Modus über den Controller machen möchte. Hier habe ich einen Auswahlschalter, ob das Ganze ein Line- oder ein Mix-Signal ist, das kann ich dann hier entsprechend einstellen. Und hier haben wir das Mäuseklavier, viele von euch kennen es wahrscheinlich auch. Und hier kann ich halt die kompletten Konfigurationen für den Easy Operator Deluxe vornehmen, wie zum Beispiel jetzt hier. Um die KLS-Bar im Hintergrund zu steuern, muss ich hier DIP-Switch 4 anschalten, damit das Ganze entsprechend dann auch im richtigen Modus läuft und ich dann auch sofort damit loslegen kann. Weitere Informationen dazu findet ihr übrigens auch nochmal in der Bedienungsanleitung. Dann haben wir hier noch daneben den DMX-Mode, also ob ich Multi oder Single habe. Multi bedeutet hier, wenn ich zum Beispiel LED-Bars habe, die vier einzelne Spots haben, dann kann ich das Gerät im Multi-Modus fahren. Wenn ich das Ganze aber einzeln machen möchte, das heißt, wenn ich vier einzelne Parkern zum Beispiel habe und die patchen möchte, kann ich das hier über den Single-Modus machen. Dann haben wir daneben noch natürlich ganz klar den DMX-Ausgang, damit man das Ganze auch mit seinen DMX-Lampen verbinden kann. Bevor wir jetzt zur Hauptoberfläche des Controllers kommen, noch eine kurze Info. Die KLS-Bar, die ihr anschließt oder die DMX-Lampen, die ihr anschließt, sollten immer bei Startadresse 1 anfangen, damit ihr die auch vernünftig einbauen könnt. Hier auf der Oberfläche hat man natürlich unterschiedliche Sektionen. Fangen wir mal hier oben an. Hier sind vier Dreh-Potis, über die ich vorgefertigte Farben einstellen kann. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier mal die Farbe verändere bei dem Spot 3, habe ich hier die Möglichkeit, schon vorgefertigte Farben wunderbar auszuwählen. Das ist wirklich sehr, sehr super und einfach zu bedienen. Dann haben wir hier drunter natürlich noch vier Fader. Und die Fader sind quasi dafür da, um das Ganze zu dimmen, beziehungsweise die Helligkeit der einzelnen Spots hier einzustellen und da natürlich die Helligkeit regeln zu können. Dann haben wir hier neben noch ein Dreh-Poti, wo ich fertige Szenen abspielen kann. Das heißt, wenn ich hier den ganzen Controller in Auto-Modus stelle, dann kann ich hier vorgefertigte Szenen einfach abfahren. Die sind schon quasi vorgefertigt hier drin. Also auch eine ganz gute Geschichte. Ich kann hier über den Speed-Fader die Geschwindigkeiten natürlich auch noch einstellen, wie schnell dieser Übergang gehen soll. Und darunter habe ich natürlich auch noch den Fade, wo ich dann sagen kann, wie schnell diese einzelnen Szenen hier durchwechseln sollen. Unter dem Szenen-Fader haben wir noch das User-Preset. Das heißt, ich kann mir auch für meine KLS-Bar fertige Szenen mit Farben vorprogrammieren. Dazu klicke ich einfach hier auf User-Preset und kann dann hier über diesen Dreh-Poti ebenfalls meine vorgefertigten Szenen abspielen. Das Coole ist daran, wenn ihr eigene Szenen speichern wollt, ist ganz einfach. Ihr geht erstmal wieder zurück in den anderen Modus. Wählt hier einfach die Farben für eure vier Spots aus, die ihr haben wollt. Und wählt dann hier unten den Slot aus, wo ihr das Ganze speichern wollt. Und wählt dann hier unten einmal den Save-Button. Und dann seht ihr, dann blinkt die einmal ganz kurz und dann wurde quasi diese Szene jetzt in die Szene 5 hier auf dem Easy Operator Deluxe gespeichert. So, weiter geht es jetzt hier oben mit diesen vier Dreh-Potis, die ich habe. Ich habe einmal hier den Master-Dimmer, wo ich quasi die komplette Helligkeit hoch und runter fahren kann. Dann habe ich hier den Speed-Fader. Ihr habt es ja gerade schon gesehen, beim Auto-Modus kann ich hier die Geschwindigkeit der Chaser von diesem Poti einstellen. Darunter habe ich die Fade-Geschwindigkeit, das heißt, wie lang ist die Überblendzeit zwischen den einzelnen Szenen. Und hier unten ist natürlich noch die Strobe- bzw. Speed-Geschwindigkeit. Wenn ich einen Strobo einstelle, das heißt, wenn ich jetzt hier mal auf Strobo gehe, dann ist natürlich die Strobo-Geschwindigkeit sehr langsam. Das heißt, ich drehe jetzt mal hier ein bisschen höher und dann seht ihr, dass da die Strobo-Geschwindigkeit von der Frequenz oder vom Intervall höher wird. So, dann haben wir hier auf der linken Seite auch noch weitere Knöpfe. Wir haben einmal hier oben Blackout, da kann ich alles ausmachen, das heißt, da ist dann wirklich alles aus. Wir haben dann hier noch Tap-Tempo-Geschichten, das heißt, wenn ich hier in den Music-Modus gehe, kann ich hier über Tap mir entsprechend die Geschwindigkeit einstellen. Wenn ich zum Beispiel gerade als DJ unterwegs bin und dann das auf eine gewisse Musikgeschwindigkeit einstellen will, kann ich das hier einfach tappen. Dann haben wir hier noch den Auto-Modus, den habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Und da sind natürlich dann auch alle Chaser, die ich hier oben drin habe, ganz einfach abrufbar. Das war eigentlich schon die Oberfläche vom All-Easy-Operator-Deluxe. Ich hoffe, dieses Tutorial hat dir auf jeden Fall weitergeholfen und du kannst jetzt dein Licht-Setup mit diesem wunderschönen Controller steuern. Wenn du weitere Fragen dazu haben solltest, kannst du die gerne unter das Video posten. Und ich würde auch mal von euch gerne wissen, würdet ihr so einen Controller einsetzen? Und wenn ja, für welche Anwendung, schreibt es mir auch gerne mal unter dieses Video. Des Weiteren würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Stage 2 zu 3 YouTube-Kanal abonnieren würdet. Und auch gerne unten einmal die Glocke läutet, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, wenn wir neue Videos auf Stage 2 zu 3 hochladen. Wie immer am Ende sage ich Practice and Enjoy!